Was ist eigentlich die schönste Farbe der Welt? Auf diese Frage gibt es kaum eine eindeutige Antwort. Für einige ist es blau, für manche ist es rot und für ganz verrückte Menschen ist es gelb. Meine persönliche Lieblingsfarbe ist grün. Wieso? Hat bestimmt seine Gründe. Ich als Kind habe beispielsweise immer von meiner Mama alles in grün bekommen. Immer einen grünen Becher, einen grünen Schulranzen oder immer eine grüne Zahnbürste. Auch mein Kinderzimmer war komplett in grüner Farbe gemalert worden. Zusätzlich habe ich als Kind sehr sehr gerne Star Wars vs. Clone Wars geguckt. Und da war Yoda natürlich einer meiner Lieblings-Yedis. Glaube der Hauptgrund wieso grün meine absolute Lieblingsfarbe ist, ist dass der VW Wolfsburg mein Lieblingsfußballverein ist und grün bekanntermaßen einer von zwei Vereinsfarben der Wölfe sind. Und ich glaube, so wie es mir geht, geht es euch sicherlich auch. Viele Fußballfans von einem bestimmten Verein sind auch gleichzeitig Fan von der Farbe, die der Klub trägt. Oder gibt es Dortmund-Fans, die sagen, Gelb ist eine hässliche Farbe? Sicherlich nicht. Rot, Gelb, Blau, Grün. Es gibt viele Farben und viele, die diese tragen. Aber wer ist der Beste? Im heutigen Video zeige ich euch die besten Fußballvereine von jeder Farbe. Bevor wir mit dem Video starten, gibt es einen kurzen Disclaimer. Vereine, deren Vereinsfarben nicht klar definiert sind, werden in dieser Auflistung keine Erwähnung finden. Berücksichtigt werden nur Vereine, wo man anhand dessen Heimtrikot erkennt, was dessen Klubfarben sind. Vereine wie Juve, AC Milan, Inter Mailand, Atletico Madrid, Atalanta Bergamo oder der FC Barcelona, allgemein Vereine, die zweifarbige Streifen auf dem Trikot haben, werden nicht mitgezählt. Juventus weder bei Schwarz noch bei Weiß. Es muss eine herausstechende Farbe geben und diese gibt es bei den eben genannten Vereinen nicht. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Rot, FC Bayern München Der FC Bayern München ist einer der wohl besten und bekanntesten Fußballvereine in der Geschichte. Der Klub ist in der Bundesliga der mit Abstand beste Verein und wurde insgesamt 32 Mal Meister und 20 Mal Pokalsieger. Auch international gehört der FCB zu den erfolgreichsten Teams und sie gewann viermal den Weltpokal, einmal den UEFA-Pokal und einmal den Europapokal der Pokalsieger und holten sechsmal die UEFA Champions League. Diese ganzen Erfolge feierte der FC Bayern München hauptsächlich in Rot. Wusstest du aber, dass der FC Bayern vorher eine ganz andere Farbe trug? Am 27. Februar 1900 wurde in einem Münchner Gasthaus beschlossen, eine Fußballabteilung für den Sportverein MTV München zu gründen. Und daraus wurde der uns heute bekannte FC Bayern. Damals trug der FCB jedoch nicht die Farben Rot-Weiß, sondern Blau-Weiß, inspiriert durch die Flagge des Landes Bayerns. Um den Spielbetrieb auszuweiten, beschloss der Verein 1906 den Beitritt zum Münchner Sportklub. Man behielt zwar eine gewisse Eigenständigkeit, aber man musste seine Farben in Rot-Weiß ändern. Anfangs trug man weiße Hemden und rote Hosen, heute zwar andersherum, aber die Farbe Rot ist bis heute noch geblieben. Andere Vereine, die auch Rot als Klubfarben benutzen und die man hätte erwähnen können, da sie auch relativ erfolgreich sind, wären der FC Liverpool, Manchester United, FC Arsenal und Benfica Lissabon. Blau, SSC Neapel. Eine der größten Überraschungen in dieser Saison ist wohl der SSC Neapel in der Serie A. Dort steht der Verein nach 27 Spieltagen auf Platz 1 und der Klub könnte in den nächsten Wochen seine dritte italienische Meisterschaft in der Geschichte einfahren. Auch in der Königsklasse sieht es für Napoli sehr gut aus, steht dort im Viertelfinale und gilt als einer der Favoriten auf einen möglichen Finaleinzug. Der Verein, der 1989 mit Diego Maradona in UEFA-Pokal holte, trägt schon seit Vereinsgründung hellblaue Hemden. 1929 wurde der Verein unter dem ehemaligen Namen A.C. Napoli gegründet, man wählte hellblau und weiß als dessen Klubfarben. Da die Gründer des Vereins englische Hafenmitarbeiter waren, hat man sich beim hellblau klar am Himmel und das Wasser vor Napoli orientiert. Andere bekannte Vereine, die auch blau tragen, sind natürlich der FC Chelsea, PSG oder Porto. Auch Manchester City, die man auch hätte auflisten können sollen, tragen hauptsächlich blaue Trikots. Weiß, Real Madrid. Kein Verein ist bekannter für die Farbe Weiß als Real Madrid. 19 spanische Meisterschaften, 35 spanische Pokalsiege, 8 Weltpokale und 14 UEFA Champions League Trophäen, sowie Platz 1 in der ewigen Tabelle der Königsklasse, sind die Los Blancos nicht nur der beste Verein mit weißen Trikots, sondern generell der objektiv beste Klub aller Zeiten. Aber wie kam Real dazu, weiße Trikots zu tragen? Im Jahr 1882 wurde in England ein Amateurverein namens Corinthians FC gegründet, der komplett weiße Trikots trug. Dieser Verein sorgte auf der Insel für Furore, denn dieser spielte einen sehr, sehr schönen Fußball. Dies haben auch die Gründer des neuen spanischen Vereins Real Madrid vor der Entstehung des Teams im März 1902 mitbekommen und verliebt von der schönen Spielweise des Corinthian Football Clubs, wählte man ebenfalls Weiß als Klubfarbe. Bis heute blieb das so bestehen und Real ohne weiße Hemden kann man sich nicht mehr vorstellen. Was man sich auch nicht mehr vorstellen kann, sind Menschen, die gerade in ihre Tasten tippen und in den Kommentaren mit Weiß ist eigentlich keine Farbe kommen. Ach Gott. Weitere bekannte und erfolgreiche Vereine, die Weiß tragen, sind Tottenham Hotspur, RB Leipzig und Olympique Lyon. Eintracht Frankfurt könnte man als amtierender Europa-League-Sieger natürlich auch nennen. Jedoch wechselt der Verein ständig seine Heimtrikotfarben. Manchmal ist es Rot, manchmal ist es Weiß oder Schwarz oder alle drei oder zwei von denen. Weshalb ich nicht weiß, ob ich Eintracht Frankfurt als Weißfarbigen Verein nennen darf. Gelb. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund könnte für Kontroversen in den Kommentaren sorgen. Nicht, weil er die Auflistung nicht verdient hat, sondern ob ich Dortmund überhaupt auflisten darf. Zu Beginn des Reviews habe ich gesagt, dass Vereine mit hauptsächlich gestreiften Heimtrikots wie Juve oder FC Barcelona nicht aufgelistet werden, da es schwierig ist, diese einer bestimmten Farbe zuzuordnen. Der BVB trägt diese Saison zwar ein schwarz-gelb gestreiftes Trikot, aber wenn man sich die Trikotgeschichte der Borussen anguckt, ist dies keine Regelmäßigkeit und oft trägt man auch schlicht gelb. Ob Borussia Dortmund der aktuell beste gelbe Verein ist, da sind wir sicherlich alle einig. Zwar ist man in der Champions League im Achtelfinale ausgeschieden, aber dafür hat man endlich wieder gute Chancen auf die Meisterschaft in Deutschland und man steht sogar zur Zeit sogar auf Platz 1. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. 1909 wurde der Verein gegründet und zu Beginn hatte man tatsächlich keine schwarz-gelben, sondern blau-weiße Heimtrikots mit einer roten Scherpe. Heute unvorstellbar. Am 14. Februar 1913 wurden die Farben in Zitronengelb geändert und dies blieb bis heute bestehen. Wieso der Verein seine Farben änderte, ist nicht bekannt. Der BVB ist aber nicht der einzige Klub, der gelbe Farben trägt, denn international gibt es viele weitere. Der FC Villarreal, dieser kam letztes Jahr überraschend bis ins Halbfinale der Champions League und gewann ein Jahr davor die UEFA Europa League. Der Verein wird auch gelbes U-Boot genannt. Cristiano Ronaldo's neuer Klub, ein nassere FC, spielt auch in gelb. Dann gibt es noch die Royale Union SG aus Belgien, Young Boys Bern aus der Schweiz und Tigris aus Mexiko. Grün, Palmeiras, Sao Paulo. Nicht Wolfsburg und auch nicht Sporting, sondern der brasilianische Fußballverein Palmeiras ist meiner Meinung nach der beste in Grün spielende Fußballverein. Palmeiras ist aktuell amtierender brasilianischer Fußballmeister und holte nicht vor langer Zeit die Copa Libertadores. Letzte Saison wurde zwar nichts mit der dritten südamerikanischen Meisterschaft in Folge, wo man nur am Liga-Konkurrenten Atletico Paranaisi scheiterte. Gegründet wurde der Verein 1914 von italienischen Einwanderern, weshalb der Verein der Societa, Sportiva, Palestra, Italien gegründet wurde und nicht nur grün-weiß, sondern auch rot als Klubfarben hatte. Im September 1942 änderte der Klub seinen Namen und entfernte rot aus den Klubfarben, nachdem Brasilien im Zweiten Weltkrieg den Alliierten beigetreten ist und Italien einer der Hauptfeinde wurde. Bis heute ist rot bei Palmeiras nie wieder aufgetaucht und heute verwendet man ausschließlich grün und weiß. Andere bekannte Vereine in der Farbe grün sind wie vorhin erwähnt Sporting Club de Portugal und der VfL Wolfsburg. Wieso der VfL grüne Trikots trägt, war nur reiner Zufall. Damals hatte man nicht so viel Geld, um sich richtige Sportausrüstung zu leisten. Das einzige, was man auftreiben konnte, waren grüne und weiße Bettlacken, aus denen die Frauen Hose und Hemden machten. Dann gibt es noch den SV Werder Bremen und die Seattle Saunders. Violett, AC Florenz AC Florenz oder auch AC Fiorentina genannt, ist ein italienischer Fußballverein und wird wegen dessen violetten Trikots, La Viola, die Violetten genannt. Ursprünglich waren die Vereinsfarben des Klubs Rot-Weiß, wurden aber vom Vereinsgründer 1929 in Lila geändert und bis auf eine Ausnahme 2002-03 blieb die Farbe Violett bei den Heimtrikots erhalten. Der Verein wurde insgesamt zweimal italienischer Meister, sechsmal italienischer Pokalsieger und gewann 1960 61 den Europapokal der Pokalsieger. Weitere bekannte Vereine, die auch violette Trikots tragen, ist der FC Toulouse, Orlando City FC, Austria Wien und der belgische Klub RC Anderlecht. Orange, Schachter Donetsk. Der aktuell beste und bekannteste Verein, der in orangefarbenen Trikots kickt, ist der ukrainische Fußballverein Schachter Donetsk. Dieser steht aktuell in der Liga auf Platz 1 und auch international kam der Verein sehr weit, scheiterte jedoch nur peinlich an Rotterdam. Historisch gesehen gehört der Verein zusammen mit Dynamo Kiew zu den besten Vereinen in der Ukraine und gewann national 13 mal die ukrainische Meisterschaft, 13 mal den ukrainischen Pokal und 4 mal den sowjetischen Pokal. International holte der Klub 2008-09 die UEFA Europa League und erreichte 2011 das Viertelfinale der UEFA Champions League. Das erste Pflichtspiel absolvierte der Verein am 24. Mai 1936 unter den Namen Sports Club of Donbass Kohlmeiners. Mitte der 1940er Jahre änderte der Klub seinen Namen in Schachter und wählte 1960 seine Vereinsfarben in orange-schwarz, ein Farbschema, das die Region repräsentiert. Weitere bekannte Vereine in orange sind die Wolverhampton Wanderers, Galatasaray Istanbul, Medipol Basakshir und die Kaiserschiefs. Schwarz, Orlando Pirates. Auch wenn viele Nervensägen sagen, schwarz sei keine Farbe, gibt es dennoch Vereine, die den dunklen Ton auf ihren Trikots tragen. Diese sind zum Vergleich zu weiß eher weniger vertreten und es gibt davon nur eine Handvoll Teams mit schwarzen Heimtrikots. Eine von ihnen sind die Orlando Pirates. Die Orlando Pirates wurden 1937 gegründet und gehören zu einer der besten Vereine Südafrikas. Sie wurden insgesamt viermal südafrikanischer Meister und gewannen 1995 die afrikanische Champions League. Letzte Saison stand der Klub im finales CAF Confederation Cup und er lag allerdings dem marokkanischen Klub Rasberkane. Aktuell steht der Verein in der Liga nach 23 Spieltagen auf Platz 3 und zur Zeit international spielt der Klub nicht. Die Seeräuber machten ähnlich wie der FC St. Pauli die Piraten und den Totenkopf zu ihrem Markenzeichen, so dass der ehemalige Orlando Boys Club in Orlando Pirates FC umbenannt wurde und schwarz zur Hauptfarbe wurde. Europäische bekannte Vereine, die schwarz tragen, ist der FC Sheriff Tiraspul, FC Mythylland, Casa Piazzi und um ein nordamerikanisches Beispiel zu nennen, DC United und LAFC. Braun, FC St. Pauli Eben noch über einen Verein gesprochen mit einem Totenkopf als Markenzeichen, kommen wir zu einem anderen Verein, mit dem man was ähnliches verbindet und das ist der FC St. Pauli aus Deutschland. Der FC St. Pauli von 1910 ist ein Hamburger Fußballverein, der aktuell in der zweiten Fußball-Bundesliga spielt und dort relativ gut etabliert ist, was man an der All-Time-Tabelle der Liga sieht. Bis auf die acht Jahre in der Bundesliga konnte der Verein keine weiteren großartigen Erfolge und Titel einfahren. International bekannt wurde der Verein, weil er einer von wenigen Klubs auf der Welt, Braun als offizielle Vereinsfarbe führt. Braun wurde zur Vereinsfarbe des Kiez-Klubs, weil ein gewisser Amandus wird dies so wollte und damit der Klub eine einheitliche Farbe für dessen Spielausrüstung bekommt. Und irgendwie paradox, dass so ein politisch linker Fußballverein braune Trikots trägt. Auch wenn Braun als Vereinsfarbe sehr, sehr selten ist, gibt es mit dem Mjöndalen IF einen weiteren Profi-Fußballverein mit dieser Farbe. Dieser spielt genauso wie Pauli in der zweiten Liga, nur halt in Norwegen und wurde ebenfalls 1910 gegründet. Nur spielte Mjöndalen IF bereits international und wurde dreimal Pokalsieger und zweimal Vizemeister in Norwegen. Pink Inter Miami Einer der meiner Meinung nach unterbewertesten Klubfarben im Fußball ist die Farbe Pink. Diese Farbe wird relativ selten benutzt, vor allem auf Heimtrikots. Der aktuell bekannteste und beste Verein, der diese Farbe trägt, ist der von David Beckham gegründete Franchise-Klub Inter Miami. Dieser Klub spielt zurzeit in der MLS und erreichte letzte Saison den sechsten Platz in der Eastern Conference. Aber einer der beliebtesten und weltweit bekanntesten Verwender der Flamingo-Pinkenfarbe ist natürlich US Palermo, heute auch als FC Palermo bekannt. Der als rosa Nero bezeichnete Klub spielte vor ein paar Jahren noch in der höchsten italienischen Spielklasse, aber nach dem Zwangsabstieg 2019 in die Serie D wurde der Verein aufgelöst und unter dem Namen FC Palermo neu gegründet. Heute aber ist der Verein in die Serie B zurückgekehrt und spielt dort aktuell auf einem guten achten Platz. Als der Verein 1900 neu gegründet wurde, hieß der Klub noch anders und die Farben waren damals rot und blau. Erst 1907, als der Verein in Palermo Football Club umbenannt wurde, wurden gleichzeitig die Vereinsfarben auf rosa-schwarz gewechselt. Weitere bekannte Träger der pinken Farbe sind Kerizou Osaka aus Japan und Wexford FC aus Irland. Auch Juventus Turin hat damals in rosafarbenen Heimtrikots gespielt, aber diese wurden durch einen englischen Traditionsverein verändert. Wenn ihr wissen wollt, wer und wieso, ist in der Infokarte ein entsprechendes Video verlinkt. Grau, Minnesota United Eine eher ungewöhnliche Farbe, aber Grau wird tatsächlich von einigen wenigen Vereinen getragen. Zwar ist es in Relation zu den anderen sehr, sehr selten, aber die gibt es. Einer der bekanntesten Träger der grauen Farbe im Fußball ist das US-amerikanische Franchise Minnesota United. Der Verein wurde 2010 als Minnesota Stars gegründet und damals noch im Blau-Gelb. 2015 wurde dieses Franchise unter dem Namen Minnesota United neu gegründet und stieg 2017 in die Major League Soccer ein. Aufgrund des hohen Eisenvorkommens, vor allem im Norden, wurde Grau als Vereinsfarbe gewählt. Die zweite Vereinsfarbe hellblau soll den Mississippi River darstellen. Sonst gibt es nur sehr, 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 sehr wenige Vereine, die ernsthaft Grau als Vereinsfarbe verwenden. Die einzigen bekannten Beispiele wären Italien US-Alessandria und der italienische Erstligist US-Crimonese. Letzterer jedoch mit zusätzlichen roten Streifen, weshalb der Klub aus der Wertung fliegt. Auch gibt es in Saudi-Arabien einen Erstligaklub namens Al-Tai, der in grauen Trikots spielt. Ja Leute, das war's jetzt auch mit diesem Video. Hier seht ihr alle zwölf Farben und deren besten Träger aufgelistet. Wie gesagt, alles nur meine persönliche Meinung. Dennoch interessiert es mich, welche Vereine ihr diesen zwölf Vereinen zuordnen würdet. Schreibt eure Liste gerne in die Kommentare und versucht dabei vernünftig und respektvoll miteinander zu diskutieren. Wenn ihr wissen wollt, ob es auf Englisch richtig Zocker oder Football heißt oder was wäre, wenn die italienische Region Lombardei ein eigenes Land wäre, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren, sollte euch solche Fußballthemen interessieren. Auf einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Folgt mir auf Instagram, at Nirol Football. Das war's mit dem Video und ciao. Bis zum nächsten Mal.